Hallo, ich darf Sie hier ganz herzlich im ehemaligen Zisterzienserkloster Maulbronn willkommen heißen zu unserer 360 Grad Videorundtour. Mein Name ist Melanie Kalche und ich möchte Sie ein bisschen in das Kloster und seine Umgebung mit den Weinbergen hindurchführen. Sie können im Video navigieren mit dem Finger oder der Maus und die Kamera um 360 Grad bewegen und dadurch das gesamte Gebiet hier ins Auge fassen. Ein bisschen was zur Geschichte. Das Kloster ist das am besten erhaltene mittelalterliche Kloster nördlich der Alpen und wurde 1993 zum Weltkulturdenkmal der UNESCO ernannt. Wir befinden uns hier jetzt im Herrenrefektorium. Das ist der Speisesaal der Herrenmönche. Hier haben die Mönche gespeist und auch zu diesem Saal gibt es eine Legende, eine der vielen Legenden, die hier zu Maulbronn gehören, zum Elfinger Wein. Dieser Elfinger Wein hat einen merkwürdigen Namen und wie der entstanden ist, sagt folgende Legende. An der Weinsäule, das ist die an der wir hier stehen, soll oben ein Weinfast gehangen haben und der Wein ran in dieser Rinne der Säule hinunter, fing sich in der untersten Rille der Säule und die Mönche durften dort ihre zehn Finger hineinstecken und ablecken und einer der Mönche, dem es wohl besonders gut geschmeckt hat, soll irgendwann gesagt haben, ach hätte ich doch Elfinger, also einen mehr zum Ablecken. Und nach diesem Ausspruch soll der Elfinger Wein Elfinger Wein heißen. Das hält sich hier hartnäckig als Legende, obwohl die Leute hier im Ort sehr gut den Elfinger Hof kennen. Wir haben natürlich noch weitere Weingüter hier hinter der Klosteranlage. Das ist der Klosterweinberg vom Weingut Jaggi. Liebe Gäste, ich darf Sie hier ganz herzlich begrüßen am Klosterweinberg in Maulbronn, in Mitte der Stadt Maulbronn eigentlich, direkt in der Nachbarschaft zum Kloster Maulbronn. Wir, das heißt ich bin der Frank Jaggi und meine Frau Patricia, wir bewirtschaften Weingut in Oetisheim und wir hatten vor rund 25 Jahren die Idee, diesen Klosterweinberg hier wieder aus dem Dorn-Räuschenschlaf zu erwecken und haben in der Stadt Maulbronn hier auch die Gönner gefunden, die uns stark unterstützt haben. Wir bewirtschaften hier circa 1,2 Hektar Reben, die wir im Betrieb ausbauen. Wie gesagt, hier der Weißburg unter, weiter oben dann der Grauburg unter. Und um die Beine zu probieren, begeben wir uns einfach noch mal ein Stück weiter nach oben und dort hat meine Frau was aufgebaut und dann können wir da ein bisschen was probieren. Ja, also dann sind wir jetzt hier am Kopf am Klosterweinberg Maulbronn angekommen und haben jetzt den trockenen Teil eigentlich von der Weinführung in Vino Beritas hinter uns gebracht. Hier am Klosterberg oben machen wir dann unsere Weinproben mit so einem selber gemachten Frischkäse mit einem kleinen Vesper, relativ dezente Sachen, die zum Wein dann auch passen. Sie dürfen natürlich zwischendurch auch den Blick schweifen lassen hier über das schöne Maulbronn. Wenn Sie hier nach Osten gucken, dann sieht man schon die Klosteranlage. Wenn Sie in der Gegend sind hier in Maulbronn und gerne mal vorbeikommen, dann machen wir hier am Klosterberg so eine Weinbergführung mit Ihnen und laden Sie genauso zum Glas Weißburg unter oder Risslingen oder Grauburg unter ein. Sascha, zum Wohle. Zum Wohl.